Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Ähm, Entschuldigung. Ich möchte gerne diese hier jetzt endlich mal vollenden, weil ich das möchte und so und ich werde die ganze Runde auch nur das machen. Ich versuche es zumindest. Wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Ist mir aber auch Latte, denn ich muss nicht die ganzen Kills sammeln und erster sein, ich will einfach noch Spaß im Spiel haben, Aufgaben erfüllen, auch Meilenstein-Aufgaben. Die tägliche sind mir tatsächlich irgendwie relativ, weil die mache ich entweder ohne zu wissen nebenbei. Wobei, 15k, 102, ja, schon wieder ein Level-Up tatsächlich. Mal gucken. Nein, aber täglichen sind mir egal. Meilenstein bringt mehr, auch wenn es länger dauert. Und ich will einfach nur Spaß am Spielen haben. Und ansonsten, ja. Na los Hitachi, gehen wir mal ein paar Leute töten. Ich müsste meine Pflanze mal wieder Gold machen. Ich würde tatsächlich mal versuchen, bei meinem Pflänzchen zu landen. Das wäre nämlich da unten. Nein. Jo. Da ist es. Goldene Pump. Jo. Ohne zu meckern, voll auf zufrieden. Auch wenn es ein Zweischuss ist. Mal schnell ein paar Pilze fressen hier. So. Stellen wir uns mal ganz kurz hier rein. So und so. Ja, ich höre euch schießen. Ne, danke. Ich möchte schon gern noch ein bisschen überleben. Und nicht sofort sterben. schon wieder 5k. Schon wieder 5k. so. 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 Abad So. Das wird mal stehen. Tilted Towers will ich ungern. Erdjob hole ich mir nicht tatsächlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was war denn das für eine Aktion? Sorry, aber das verstehe ich gerade nicht so ganz. Oh, da kommt ein Bus. Oder ein LKW. Ah! Yo, 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 um. Kommt noch irgendwo einer. Ich wollte eigentlich eine ganz spezielle Aufgabe machen. Mit einem Kuhfänger und so weiter. Ne, Radio geht aus. Ey, das zählt doch auf. Wir haben das Level Up drin. Yo, fast. So, da gucken wir mal. Da oben steht noch ein Bäumler. Oh, zwei Kills bis jetzt unter den Top 30. Läuft. Oh, kann ich? Ey, ich will dich abernten. Ne, pass mal, wenn ich dich nicht abernten darf. So. 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 Das war's. Das war's. Okay. Beim Airdrop oben wird einer sein. Ich weiß das. Das war's. 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 Bye bye. Das war's. Das war's. Das war's.